Der Bundestag beschließt heute das Gesetz für mehr Arzneimittelsicherheit. Patientinnen und Patienten müssen sich darauf verlassen können, dass Arzneimittel ihnen helfen, dass sie ihnen nicht schaden. Dafür stärken wir die Kompetenzen des Bundes, Arzneimittelproduktion zu kontrollieren, sich besser abzustimmen mit den Behörden, aber auch Rückrufe dann zu starten, wenn sie Probleme erkennen. Zudem stellen wir klar, dass Versicherte nicht auch einen finanziellen Schaden haben. Wir regeln klar, dass keine zusätzlichen Kosten entstehen und auch Zuzahlungen im Falle eines Rückrufes entfallen. Krankenkassen erhalten einen Regressanspruch gegenüber der Pharmaindustrie, wenn die Arzneimittel eben nicht so wirken, wie sie sollen, sondern möglicherweise gar verunreinigt sind oder schaden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das E-Rezept. Wir starten damit einen weiteren wichtigen Bereich der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Ab dem nächsten Jahr, ab 2020, soll schrittweise das elektronische, das digitale Rezept eingeführt werden, sodass auch dort für die, die wollen, jedenfalls die Zettelwirtschaft mit Papierrezepten... Vielen Dank. Vielen Dank.